Dieses hier angebotene 5-Zimmer-Rhein-Mitte-Haus ist ab dem 1. Februar 2015 zur Miete frei. Es befindet sich in Solingen-Gräfrath. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 240 m² bietet das Objekt eine Wohnfläche von 186 m². Die monatliche Kaltmiete des Hauses beträgt 1345 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.